Hallo, ihr da draußen, herzlich willkommen zu Kupferdeckle Live 10. Es ist unsere letzte Live-Aufnahme in diesem Format und wir sind heute jetzt hier zusammen im Café. Das ist ein Raum, den wir bisher noch gar nicht hatten. Hier finden ja Open Stage und viele, viele andere Dinge statt. Werdet ihr bestimmt in der Zukunft noch einiges darüber hören. Und wir wollen heute zwei Dinge eigentlich euch sagen. Zum einen, das hatten wir ja auch schon angekündigt, die Arbeitsgruppe zu Social Media hat sich gebildet und die sind auch schon eifrig dabei, neue Formate zu entwickeln. Und da werdet ihr nach Ostern gespannt sein können, was euch da erwartet. Also da ist einiges im Busch und da werdet ihr auch einiges sehen und auch einige, die heute hier in der Runde sitzen, wiedererkennen. So, vom Grund her war es das jetzt eigentlich. Vielen Dank, dass ihr so eifrig dabei wart bei unseren Livestreams sozusagen. Und ja, auch wir freuen uns auf alles Neue, was jetzt kommt. Und unser üblicher Spruch natürlich, bleibt alle gesund, bleibt zu Hause und bleibt gesund. Das ist vielleicht noch besser. Und in dem Sinne wollen wir euch jetzt alle noch schöne, frohe Ostern wünschen. Tschüss. Tschüss. Super, sehr gut.